Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Recht herzlich begrüßen zu einem MOOC über offene Bildungsressourcen, Open Educational Resources im Englischen und kurz OER. Und den haben wir jetzt entwickelt für Sie. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer sind denn wir? Mein Name ist Sandra Schön. Ich bin promovierte Erziehungswissenschaftlerin, arbeite bei der Salzburg Research als Wissenschaftlerin und bin beim gemeinnützigen BIMS e.V. in zahlreichen OER-Initiativen aktiv. Und ich bin einer der beiden Köpfe hinter diesem Kurs. Ja, und ich bin Martin Ebner. Martin Ebner, Technische Universität Graz. Ich leite hier eine Organisationseinheit, Thema Lehr- und Lehrtechnologien und bin quasi den ganzen Tag, Alltag, wie auch immer, mit multimedialen Lehr- und Lehrmaterialien konfrontiert, die ins Netz gestellt werden. Und da haben wir sehr früh begonnen, darüber nachzudenken, was machen wir jetzt und wie geht das vonstatten? Und aus diesem heraus, glaube ich, hat sich dann das entwickelt, dass wir über freie Bildungsressourcen tatsächlich auch sehr viel geforscht haben und jetzt auch versuchen wollen, das möglichst auch in die breite Masse zu bringen. Und dafür haben wir eben diesen MOOC gemacht, also diesen MOOC, einen sogenannten Massive Open Online Course, der die Idee hat, dass frei zur Verfügung steht und damit also möglichst viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen adressiert. Man kann diesen MOOC einfach buchen. Sie sind quasi schon hier, das heißt, Sie haben alles richtig gemacht, Sie haben sich registriert, angemeldet und erhalten jetzt von uns über vier Wochen jedes, jeden Montag mehr oder weniger eine neue Einheit. Eine Einheit, die abgestimmt ist auf ein Weiterbildungsprogramm, wo man also damit anfängt, was sind denn eigentlich diese freien Bildungsressourcen, wo finde ich die, wie mache ich die, wie lizenziere ich richtig und wir denken dann auch darüber nach, also was hat das im Kontext einer Hochschule natürlich für eine Besonderheiten. Und jede Einheit, also wie gesagt vier Wochen, besteht im Prinzip aus zumindest einem Video, es sind eigentlich immer mehr, aber es sind kurze Videos, die im Prinzip in das Thema einführen, wo wir kurz erklären, um was es geht. Wir werden auch verschiedene Techniken anwenden. Sie werden manchmal mich sehen, manchmal mich nicht sehen und manchmal werden wir auch was zeichnen. Und dann werden wir weiterführendes Material anbieten in Form von PDFs, Links. Es gibt ja schon sehr, sehr viel in diese Richtung online, sodass man das auch noch vertiefend weiterlesen kann. Und ob man dann so halbwegs das mitgenommen hat, was diese Woche bieten hätte sollen, dafür gibt es Self-Assessment nach jeder Woche. Wo es geht zur Selbstüberprüfung, also festzustellen, habe ich die wesentlichen Punkte in dieser Einheit erfasst und kann mich quasi überprüfen und also diese Woche für mich abschließen. Damit das Lernen nicht zu sehr alleine ist, weil es ja dann doch ein reiner Online-Kurs ist, haben wir ein Diskussionsforum etabliert. Das Diskussionsforum dient mehr oder weniger zum Austausch zwischen den Lernenden. Aber wir werden uns natürlich auch immer wieder einmischen und bisschen mitdiskutieren, wann wir sehen, es besteht die Notwendigkeit oder es braucht jetzt eine spezielle Fachexpertise. Aber vielleicht kann ich auch andere Experten und Expertinnen motivieren, ab und zu reinzuschauen und um uns Tipps aus der alltäglichen Praxis zu geben. Und wenn man das Ganze abgeschlossen hat, bekommt man also eine Teilnahmebestätigung. Die bekommen Sie in dem Moment, wo Sie so 75 Prozent der Volksquote bei jedem Self-Assessment nachweisen können, plus eine abschließende Evaluation. Und wir werden auch bei Badges vergeben. Also Badges sind kleine digitale Sticker, die man herunterladen kann, die zertifiziert sind auf die eigene E-Mail-Adresse, mit der man registriert ist und die man also weiterverwenden kann im Sinne eines Nachweises, dass man diesen Online-Kurs tatsächlich durchgemacht hat. Ja, und was sehr wesentlich ist, ist, dass dieser Massive Open Online-Kurs einerseits natürlich alleine für sich steht und das auch alleine durchgemacht werden kann. Aber wir haben also in Österreich ein weiteres Projekt und dieses Projekt nennt sich Open Education Austria. Und in diesem Projekt entwickeln wir verschiedene Dinge, unter anderem auch ein Ausbildungsprogramm mit der Idee, Hochschullehrende gezielt in dieses Thema freie Bildungsressourcen einzuführen und ihnen darzulegen, was kann ich damit machen, wie mache ich es richtig. Und da ist dieser MOOC eben ein Bestandteil. Das heißt, dort ist es ein dreiteiliges Konzept. Es gibt eine Einführungsveranstaltung, die an einer Hochschule angesiedelt ist, im Umfang von ein paar Stunden. Dort wird das Thema grob eingeführt. Dann ist dieser MOOC zu absolvieren in diesen vier Wochen und es wird daraufhin noch eine eigene Abschlussveranstaltung geben und dann ist dieses Ausbildungsprogramm zu einem kundigen am Sektor OER oder freie Bildungsressourcen abgeschlossen. Und das wird entsprechend bestätigt. Also wie gesagt, Open Education Austria.at ist also ein Programm, das ist jetzt ein Projekt eigentlich, wo man sagen kann, da wird ein Programm entwickelt, wie man OER auch an seiner eigenen Hochschule eben schulen kann. Und das steht natürlich dann auch allen anderen österreichischen und natürlich weiteren deutschsprachigen Universitäten gerne frei zur Verfügung. Ja, damit ist meine Einführung eigentlich schon wieder zu Ende. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Online-Kurs. Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie wirklich dann auch dieses Thema sich nähern können. Ich weiß, es wirft viele Probleme auf und man wird nicht alles lösen können, aber ich glaube, wir können trotzdem spannende Lösungsansätze präsentieren und ich glaube, ich darf also wirklich allen viel Spaß wünschen und diskutieren Sie mit uns mit und dann machen wir alle OER, das wäre unser Endziel. Danke sehr.